Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Platz. Ich werde euch heute einfach ein bisschen zeigen, wie wir so die Bodenarbeit machen. Einfach ein paar Eindrücke, ohne viel dazu gesagt. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Wir haben Ende Januar und es fühlt sich an wie im Frühling. Und das Gras scheint auch schon ziemlich lecker zu sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.